Bannings. Und zwar, letzte Woche haben wir Legacy und Modern an Bannings bekommen. Mainz Desire Legacy, Preordained and Modern. Unsere Einschätzung damals, es wird sich wahrscheinlich nicht so viel verändern. Jetzt die Frage an dich, du als Legacy-Experte, hat Mainz Desire das Format übernommen? Nee, überhaupt nicht. Mainz Desire ist ganz nett, genauso wie ich es auch schon gedacht habe. Es gab ein paar Decks, die da tatsächlich was gespielt haben mit, aber an dem eigentlichen hat sich einfach nichts geändert. Also, es ist hier und da mal ein Storm-Deck damit aufgekommen und es hat hier und da mal irgendwie so ein kleines Fun-Deck irgendwas gemacht. Aber Mainz Desire ist, es ist ein nettes Deck, aber da hört es halt leider auf, beziehungsweise eine nette Karte und da hört es halt leider auf. Okay. Es ist keine brokene Sache, die durchgekommen ist. Es ist nirgendwo was Krasses, was ich gesehen habe, dementsprechend. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn auch jetzt das nicht so einen riesen Eindruck gemacht hat. Also, ich weiß noch, relativ früh haben die Leute dann angefangen, Mainz Desire dann auf Magic Online zu testen. Da hast du mir letzte Woche noch erzählt, dass da schon erste 5.0-Leaks irgendwie mitgespielt worden sind. Ich weiß nicht, hast du in deiner persönlichen Legacy-Gruppe ein paar Experimente mitmachen können? Hast du selber mal gespielt? Wie fühlt es sich an? Ist es zu alt für Legacy 2023? Nee, zu alt nicht. Aktuell ist leider das Problem, dass Storm einfach nicht gut ist. Also, Atmosium Tendrils, ja, kann man spielen mit Mainz Desire. Man spielt aktuell so drei Mainz Desire Mainboard, eins im Sideboard mit einem Burning Wish und so ein Kram. Das ist ganz nett, aber wenn du halt wirklich so ein Mainz Desire mit 5 gehst und daraus kommen halt so Brainstorm, Darkrit, Duras. Und du hängst da in zwei Ländern und denkst dir so, cool, dann spiel jetzt den Brainstorm mit keinem Mann mehr und es ist halt rum. Deswegen ist es eine nette Karte. Mainz Desire into Mainz Desire fühlt sich unendlich broken an. Aber wenn es nicht Mainz Desire into Mainz Desire ist, es ist halt eine ganz nette Karte. Und sie ist vollkommen legitim. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Ich habe da noch ein paar mehr Karten auf der Liste, aber Mainz Desire hatte ich auch auf der Liste der Karten, die entband werden können. Und mal gucken. Wie gesagt, ich werde noch das Bingo-Sheet rausbringen. Ich werde es auf Twitter und Instagram mal posten. Mal schauen, dass es dann nächstes Ding was ist. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ebenfalls Blick auf Modern. Da Preordain, ein weiterer Cantrip-Spell. Ich habe jetzt mal in das Metasheet von Modern reingeguckt und ich sehe immer noch sehr viel The One Ring, sehr viel, ja, Cascade und Bowmasters. Wo sind die ganzen Preordain-Decks hin? Wird das gespielt? Hat es die Decks wirklich verbessert? Oder war es halt doch so ein, ja, nichts aussagendes, nichts machendes Anbanning von Preordain? Tatsächlich würde ich nicht sagen, dass es nichts ausgesetzt hat. Es gibt ganz viele Decks, die das tatsächlich spielen. Das sind aber Decks, die einfach nur einen schlechteren Cantrip durch einen besseren Cantrip ersetzt haben. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich komme aus Legacy, Brainstorm ist mächtig, weiß ich Bescheid. Aber nur, weil man einen leicht besseren Cantrip spielt, gewinnt so ein Dimir-Control oder so ein Orzurius-Control-Deck jetzt nicht auf einmal alle Tournaments. Vor allem nicht seit Bowmaster. Und auch so ein Merc-Tard-Region-Deck, das jetzt einfach, wie heißen sie, die schlechten, ich gucke mir eine Karte an und ziehe dann eine Karte an. Äh, Vision nach Serums genutzt. Dann wird einfach diese Karte einfach dagegen getauscht und es ist ein minimal besserer Cantrip. Es hilft aber den Problemen dieses Decks nicht, genau wie wir es vorausgesagt haben. Das Deck, was es sehr gut spielen kann, ist Grinding Station und, ähm, ja, da haben wir es auch schon vorhergesagt, weil es ist halt ein Combo-Deck, die werden damit leicht besser, aber auch nicht übernehmend. Es ist einfach jetzt zwei, drei Mal mehr gesehen als ansonsten, wo es halt nur ein, zwei Mal gesehen wurde. Und, äh, ja, dementsprechend, wir hatten recht. Das ist halt immer so, das ist halt das Ding, ne? Also, wenn, wenn ein Format wie Modern, wie jetzt gerade von so diesen, diesen wenigen Strategien und Karten halt eben so dominiert werden, wie halt die Cascade Spells, die Orcish Baumasters, die, ähm, die One Rings, Ren and Six, Delighted Halfling, dann, also, dann, das ist aber auch dann wieder eine Rückfrage. War dieser Unban, oder sind diese Unbans denn überhaupt schlecht gewesen für die Formate? Weil, ich mein, alle beiden Fälle werden gespielt in den Nischen-Decks, wo sie gespielt werden. Sie haben halt nur nicht den Einfluss wie halt ein One Ring, aber das ist ja auch nicht das Ziel, oder? Genau, also, ich find's auch vollkommen okay. Sie sollten Karten von der Banned List runternehmen, die einfach nicht auf die Banned List mehr gehören. Ähm, Banned List-Karten sind teilweise aus 1900 irgendwas auf den Banned List, zumindest im Legacy. Das war dann seit 2004 oder so. Und das sind halt 20 Jahre. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, in 20 Jahren Magic History haben wir echt starkes Power-Leveling gelegt. Ja. Ansonsten würden wir uns noch mit Savannenlöwen prügeln. Niemand spielt mehr Savannenlöwen. Äh, Savannenlöwen müssen jetzt Hagawan heißen und, äh, die Dekater aus dem gegnerischen Deck ziehen und ein Treasure machen. Und einen Instant angreifen können. Genau. Und so fort. Ähm, und ansonsten Savannenlöwen ist halt mit 2-1, äh, mit 1-2-1 ohne Effekt, ohne Legendary, war das damals Broken-Ass-Shit. Und das ist halt nicht mehr. Dementsprechend, ja, pff, keine Ahnung. Es ist halt, es gibt noch mehr Karten, die man einfach entbannen kann, die dem Format jetzt nicht unbedingt wehtun, aber vielleicht im einen oder anderen Deck nochmal eine leichte Chance geben, überhaupt gespielt zu werden. Oder versilere Karten zu spielen, wo man sich wirklich überlegen kann, spiele ich jetzt Preordain, spiele ich jetzt, ähm, irgendwelche anderen Cantrips? Wann spiele ich welchen Cantrip? Und nicht einfach nur, wir haben halt zwei Cantrips, einer davon ist doof, also spielen wir den zweiten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin gespannt, also, es wird ja viel geredet über Splinter Twin, das, das wäre nochmal, das wäre der große Unban, glaube ich, wo alle Leute nach Modern schauen würden und sagen würden, oh, okay, jetzt gucken wir mal, wie Splinter Twin sich 2023 irgendwie schlagen würde. Ich wüsste gar nicht, was man anbannen müsste in Modern, um nochmal so ein, oder auch ein Legacy, um halt so ein Excitement-Level nochmal zu, zu erreichen. Und ich glaube, die größte Kritik an dem Bann letzter Woche ist halt dieses Erwartungsmanagement. Meines Gefühls nach und wie sie es kommuniziert haben, war so im Vorhinein, oh, okay, das ist dieser eine große Bann im Jahr. Ja, und danach kommt erstmal ein Jahr lang nichts, so ganz war es dann im Nachhinein dann doch nicht, da haben sie wieder ein bisschen relativiert. Aber, und dann entbannen sie zwei Karten, die zwar Einfluss haben, aber jetzt auch nicht so krass sind. Und ich weiß nicht, glaubst du, sie betreiben da falsches Erwartungsmanagement? Glaubst du, sie müssten da eigentlich ein bisschen mutiger sein in den Unbands oder ein bisschen konsequenter sein in der Kommunikation und in den Bands? Ähm, also sie haben ja sogar relativ oft kommuniziert, warum sie das wie gemacht haben. Weil sie eben das Problem haben, sie können nicht alle gleichzeitig entbannen, weil ansonsten wird es halt ein riesen Chaos geben. Ähm, dementsprechend finde ich das schon okay. Aber dann, kurz nachdem sie gesagt haben, sie entbannen oder bannen nur noch einmal im Jahr, dann so, ja, dann lasst doch die Ankündigung weg. Kümmert euch erstmal um das Format, entbannt alle zwei Monate mal so eine Karte, guckt mal, wie es läuft. Und macht das da mal. Also dieses, was sie ursprünglich mal angekündigt haben, wir können jeden Montag Bonn, Bannen und Entbannen. Nutzt das mal. Nutzt das wirklich mal aus. Das hätten sie ausnutzen müssen, dass es wirklich funktioniert und so. Ja, schwierig. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, ähm, also man kann auf jeden Fall sagen, die Entbannings waren in dem Sinne sinnvoll, dass es Karten sind, die Play sehen, die aber halt auch nicht zu broken sind. Und das ist ja zumindest schon mal was, was man als ein Volk verbuchen kann, äh, wenn man denn so möchte. Das eigentliche Problem bleibt jedoch weiterhin eben, äh, Orcish Bowmasters und, äh, The One Ring, oder? Ja. Ja, 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 absolut. Dementsprechend mal schauen, was sich da tut. Genau. Wir haben mal weiter einen Blick auf Legacy und Modern, natürlich auch alle anderen Formate. Ähm, dem Sinne, äh, ja, wie seht ihr das mit den Formaten? Wie seht ihr das mit den Bannings? Hättet ihr euch mehr erhofft? Hättet ihr euch weniger erhofft? Hättet ihr euch mehr an Bannings erhofft? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ja, was? Unser Omar Ich bin um die Kommentare! Ich bin um es zugegeben. Ich bin ja, ja, jetzt noch gerne in ein paar Kommentare und Infos gibt es eineophobia- oder andere Sachen-Aber The One Ring! So, das wird dann ja auch sehr, sehr glücklich sein! Ich bin ja überhaupt noch mal, mal im Hintergrund! Bis dann auch wieder mal im Hintergrund! So, wenn du jetzt ums mitigiert, ist es beim Finanschlag,